Der neue griechische Ministerpräsident Alexis Tsipras ist in diesen Tagen durch Europa getuert. Er hat bei verschiedenen europäischen Politikern um Nachsicht gebeten für das hochverschuldete Griechenland. Wenn auch ein Schuldenschnitt wohl niemals in Frage kommt, so denke ich mir, wird es wohl nötig sein, dass man Griechenland einige von seinen Schulden erlässt. Und gleichzeitig bin ich überzeugt, dass es gerecht ist, wenn Griechenland möglichst viel Geld von dem, was es europäischen Staaten schuldet, auch wieder zurückzahlt. Dabei denke ich an meinen eigenen Schuldenberg. Ich habe zwar keine finanziellen Rückzahlungen offen, und doch fühle ich mich in Verpflichtung, besonders als Christ. Zum Beispiel denke ich an den Menschen, denen ich meine Dankbarkeit schulde. Oder den Menschen in meiner Umgebung, denen ich noch viel mehr helfen müsste. Hier habe ich eine echte Schuld gegenüber Menschen. Und ich bin zufrieden, wenn es mir gelingt, einiges von dieser Schuld zu begleichen. Gleichzeitig stoße ich hier an meine Grenzen. Und ich merke, dass ich nie alles das zurückgeben kann, was ich anderen schulde. Erleichterung gibt mir hier mein Glaube. Wenn ich zum Beispiel dann beten kann, Herr, hilf mir, dass ich meine Grenzen überschreite. Und dort, wo ich es nicht schaffe, meine Schulden anderen zurückzuzahlen, dort schenke ich mir einen Schuldenschnitt. Und ich denke da auch an das Bibelwort. Glücklich ist der Mensch, dem der Herr die Schulden nachlässt. Wenn mir die Schulden nachlässt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020